Es ist ja so, dass hier nicht die dünnen nackt sitzen, sondern die dickeren. Warum? Ja, ich weiß doch nicht warum. Die gleich haben so Angst. Wir könnten zu viele Knochen zeigen. Ja, 200 Kilogramm. Mama, ist aber nicht so dünn, dass ich nur Knochen habe. Ich habe auch schon was. Aber es gibt ja dieses Sprichwort, nur Hunde spielen mit Knochen. Männer brauchen noch was zum Anfassen. Aber nicht so was, damit sie ihre Feinde totrollen können. Mein Gott, im Bad brauchen auch mal was zum Anfassen. Ja, habe ich auch. Aber das ist zu viel. Also mein Freund wird sagen, nee, Mädel, ich habe Angst, dass ich dich zerbreche.